Sukha-Shenasana, die einfache Falkenstellung, auch genannt Fauenfeder. Felix zeigt, wie es geht. Du fängst an, ähnlich wie im Handstand, nur dass du die Hände auf dem Boden hast, aber dann das Kinn auf den Boden gibst und dann wirfst du die Beine nach oben. Und so bist du in Sukha-Shenasana, einfach deshalb, weil du nicht aus dem vollen Handstand hineinkommst und die Nase die ganze Zeit auf dem Boden hältst. Sukha-Shenasana stärkt die Arme, ist eine gute Rückbeuge und hilft auch Bauch und Oberschenkel und Psoasmuskel gut zu dehnen, fördert auch die Durchblutung und ist eine schöne, aufwärmende Umkehrstellung.